Da müssen wir vielleicht mal auf spätere Sachen hoffen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwann mal ähm, bessere Dekoration? Keine Ahnung. Das ist halt so das, also, weil gerade eben ist es ja mehr so Gegengift und, ähm, keine Ahnung, vielleicht ab und zu mal ein bisschen Leben dazu, dann Drachenabwehr oder sowas, aber jetzt nichts wirklich Besonderes oder Gutes. Kriegt man das später mal? Oder kommt das halt gar nicht? Also wenn da vielleicht über die Verschmelziter, oder? So. Es gibt sehr, sehr gute, aber Arschselten. Okay. Dachte ich mir fast schon. So, Zizi. Der sollte auch kein großes Problem darstellen. Dafür nehme ich jetzt auch mal keinen Gutschein. Man braucht nur Glück. Also man braucht Glück, um was Gescheites zu bekommen. Ja gut. Ist dann wie früher bei den Talisman. Das passt dann schon. Haben nach 300 Spielstunden einen einzigen Angriffsboost-Deko. Okay. Das habe ich aber schneller hinbekommen. Weil da habe ich auch schon eine. Oder habe ich mir dieselbe hergestellt? Nee, kann ja nicht sein. Ich glaube, das geht nicht. Bitte recht freundlich. Also manchmal mit den Dings, mit den Quest-Namen, da sind sie schon gut. Muss man sagen. Ich fragte, ob du die Schlangenbauerrüstung zeigen kannst. Oh. Habe ich gar nicht mitbekommen. Du hast bloß den Schlangenbauer gesagt. Schlangenbauerrüstung. Könnte ich mal zeigen, ja. Müsse ich dann gleich mal zum Schmied gehen. Sobald wir hier mal fertig sind, kann ich das gern mal tun. Ich meine, die von der Katze kennst du ja schon, aber die die von der die normale kenne ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich habe aus Versehen meinen Schleichdekos zerstört. Ja gut, geht aber auch schnell. Ich finde es super, dass es eine Fähigkeit gibt, die unbeeindruckt heißt. Das ist richtig gut. Ich hoffe, sie macht genau das, was sie was sie auch sagt. Es hat eine Furry-Rüstung. Ja. Ähnlich wie wie das von von Blob, oder? Er war plüschig. Nein, nicht. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. Okay. Wobei, das müssten wir jetzt eigentlich mal ausprobieren, wie viel das mit 60% bringt. Ja gut, das ist eh zu spät. Also mit Louis kann man das nicht, weil er seinen Jagdhorn dabei hat. Aber ansonsten könnte man. So, dann laden wir das gleich auf. Auch ist das angenehm, einfach davon nicht getroffen zu werden. Ich meine, dadurch geht der Cici natürlich irgendwo ein bisschen kaputt, weil das eine große Stärke ist. Aber naja, es ist jetzt so ein, so ein, denkst du, so ein Raptor. Der, der muss jetzt nicht so überkrass sein. Würde ich jetzt mal sagen. Wir können es hier mal natürlich heimzahlen, indem wir das einfach genauso machen. Plüsch von der Schlange. Ja, ja. Die Rüstung von Blob ist auch von der Schlange. Die Plüschrüstung. Macht zwar keinen großen... Ja, er hat, er hat Fell am Rücken. Wenn er, wenn er böse ist. Also wenn er, wenn er aggro ist, dann hat er ja Fell am Rücken. Also macht irgendwo schon ein bisschen Sinn. Ein kleines bisschen. So, das tut dir jetzt natürlich richtig weh. Ah, schade. Ja, wie gesagt, wenn er aggro ist, dann bekommt er doch am Rücken Plüsch. Oder Fell halt. Ja. Schaut euch mal Bilder von ihm an, wenn er, wenn er aggro ist. Das, das Vieh ist, äh, ist dann doch mehr Fell als, als man denkt. Okay. Und mit ein paar Schlägen haben wir ihn doch. Gut, okay. Ihr habt da auch ein bisschen mitgehauen. Aber, es geht schon. Oh, das ist ja der Hyper. Stimmt ja. Wow. Den haben wir zertrümmert. Leider hatten wir keine Fiolen mehr. Aber der, das war, das war krass. Den haben wir richtig platt gemacht. So, jetzt rutschen wir ihm entgegen. Nice. Ah, schade. Nicht ganz. Aber beinahe. Da nochmal. Na, aber mit der Rüstung, es, es lohnt sich dann halt wirklich Ripped ZZ. Ja, auf jeden Fall. Armes Ding. Das ist halt das Problem am Ultra Burst. Ich meine, klar, jetzt hat es gerade ihm nichts gebracht. Weil es, ähm, weil wir ja keine Fiolen haben. Aber es ist halt echt immer schwierig, den, den gescheit zu treffen. Okay. Weniger schwierig, den gescheit zu treffen, ist definitiv, ähm, ne, halt, wie rum? Keine Ahnung, den ZZ zu erledigen, war jetzt nicht so schwierig. Das wollte ich sagen. Irgendwie, ich wollte da auf irgendwas hinauslaufen. Aber, ich hab vergessen, auf was. Oder wie genau. Ach, es ist auch schon spät. Wir machen noch ein oder zwei Quests. Damit wir da wenigstens ein bisschen vorankommen. Wie gesagt, dass wir mal ein paar von den Nebenquests abschließen, weil noch so viele offen sind. Das werden halt immer mehr. Das ist halt das. Jetzt hab ich ja das neue Gebiet freigeschalten, das ich jetzt noch nicht verrate. Und, ähm, ja, da gibt's dann halt auch wieder zehn Monster, die wir erledigen müssen. Naja. Hab jetzt außerdem Kulwe Hüftring. Okay. Okay. Du hast der Kulwe also einfach ihre Hüfte geklaut. Die Arme. Das war ein harter Kampf. Ja, auf jeden Fall. Ich hab's davor auch selber nicht gewusst, ob was gegen den Zizi schaffen, oder nicht? Das ist schon... War schon krass. So, schön. Was haben wir hier? Feines Schleichjuwel. Versteckt eine Tarnungfähigkeit. Oh, okay. Ob ich die jemals brauchen werde? Das ist halt die große Frage. Das Nergigante-Set tut echt weh. Angriff plus sechs mit meinem Tali, zwölf Crit und 16 War bei Rage-Mode. Okay. Ausdauerung drei und plus 30 Crit bei maximal Ausdauer. Das hört sich interessant an, ja. Vor allem plus 30 Crit ist krass. Oh. Also vielleicht wird die Nergigante-Rustring ja mal eine nächste. Ist schon interessant, ne? In allen früheren Monster-Hunter-Teilen hatte ich immer ein ziemlich... Ähm, ja. Also an sich ja immer ziemlich die gleichen Sets. Muss man einfach sagen. Fang den... Ach, das war ja genau, das war das. Das war die Quest. Da hab ich mich in den letzten Part schon drüber lustig gemacht. Wir haben die Quest namens Fang den Paolumu, in dem wir einen Paolumu erjagen sollen. Ist richtig merkwürdig. Naja. Ähm. So. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, äh, genau. Ich hatte früher eigentlich ja immer ein ziemlich genaues Set, äh, das ich immer genommen hab. Oder genaue Werte oder Fähigkeiten. Aber die haben sie jetzt alle so ein bisschen... sind jetzt nicht mehr so interessant oder so relevant in World. Ist schon interessant. Beziehungsweise kann man sie auch nicht mehr so einfach holen. Ich mag ja Karin plus Legiana. Gibt erhöhte Belohnung allgemein und erhöhte Belohnung beim Fangen. Aha. Das ist... Vor allem in so einem Vierer-Team ist das ganz gut, wenn du einfach bloß die Quests mitmachst, theoretisch. Wollt noch schnell cooles Zeug anziehen. Sieht ziemlich cool aus. Ah, okay. Mal sehen, finden wir dich. Vorn ist er. Bleib stehen. Der... der Hüft-Ring oder der Hüft-Rock ist schon... schon interessant. Na toll, ist ein Spähkäfer da im Weg. Ist ein... ist ein schickes Set. Ja, muss man sagen. Passt. So, wo ist er denn, der Gute? Äh, da oben. Wie komme ich da jetzt genau ran? Ist da nicht irgendwo so ein Käfer? Ne, Schleuderfackel. Da. Kann ich mich ja auch so ran grappeln? Ah, jetzt. Yes. Zack. Und irgendwie... Zack. Yes. Na, also. Und gleich drauf. Oder auch nicht. Na gut. Willst du eigentlich alle Haustiere haben? Ja, also das wäre jetzt nicht meine erste Priorität, aber so grundlegend wäre das schon ganz nett. Ja, will er. Du siehst ja, wie es steht. Ja, also wie gesagt, das wäre jetzt nicht meine erste Priorität, aber so grundlegend... Wow. Ich weiß halt nicht, was es da so alles gibt, aber kann man schon machen. Wow. Wieso explodiert der Paolo Mo da? Ah, das Ding. Das hat er doch nicht verdient. Na, jetzt habe ich ja die Wasserdoppelklinge. Das ist bestimmt... bestimmt richtig gut. Das ist der kleine Flausch hier. Oberste Priorität, ja, für dich vielleicht. Hättest du wohl gerne. So, der Zugangriff mit, ähm, mit den Waffen bringt natürlich jetzt nicht so viel. Muss man jetzt einfach zugeben. also die Rüstung mit Doppelklingen bringt, äh, zumindest was den... was den einen Effekt angeht, nicht wirklich viel. Oh Gott. Fand du hast doch deine, deine tollen Haustiere. Da gibt es bestimmt nicht mehr so viel Interessantes. Okay, das war cool. Damit kann ich dann, wenn ich denn irgendwie nach vorne komme, wenn ich nicht ständig in dieser Animation drin bin. Er ist so derpy. Aber ich mag den Paul Lomo. Er will halt irgendwie gemein aussehen, aber er ist das irgendwie nicht. Das ist halt das. Er ist eigentlich echt niedlich. aber er versucht, gemein zu sein oder böse zu sein. Was ihn eigentlich nur niedlicher macht. Mal drauf. Na, also. Mach doch ganz gut, Schaden. Auch wenn es das, denke ich, definitiv wieder nicht seine, wow, seine, seine Schwäche ist. Kriegen wir das doch irgendwie hin. Es gibt von vielen Tieren seltene Arten. Ja, das dachte ich mir fast, dass es nicht ganz so einfach ist, alle Tiere zu sammeln. Gibt es eigentlich ein Achievement? Gibt es dann auch einen seltenen Wackelwurm? Ich wünschte, ich würde so aussehen wie der Paul Lumo. Wäre ein bisschen merkwürdig, oder? Oder was meinst du jetzt? Nur für zwei, drei bestimmte, okay. Was? Achso, für zwei bestimmte Dinge gibt es dann Dengst. Die Wackelwurmkönigin, gibt es die echt? Wo zur Hölle bekommen wir eine Wackelwurmkönigin her? Also ich habe bisher noch keine, ähm, ich habe bisher noch keinen, keinen Wackelwurm mit Krone gesehen. Das ist süß und flauschig. Das ist ein hässlicher Knurm mit flüssigem Fell. Ja, also wirklich, wirklich schön, dass er jetzt nicht, muss man jetzt sagen. Guck mal. Aber da muss ich Guck mal, Guck mal, echt irgendwie zustimmen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der schönste. Da hat es einfach alle weggesprengt. Ja. Oh je. Okay. Ich bin irgendwo runtergefallen. Viel Spaß, wenn wir hochkommen. Ja, es ist eine Fledermaus, aber sein Gesicht ist so merkwürdig. Das ist halt das. Au. Es ist halt, er ist niedlich, wenn er aufgeblasen ist, aber wenn er nicht aufgeblasen ist, dann sieht er halt schon ein bisschen komisch aus. Bei Nacht kannst du sie bei den normalen finden. Okay. Nur bei Nacht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals im Korallenhochland in der Nacht war. Dann wäre ich der Misuzune. Du weißt aber, dass der Misuzune immer männlich ist. Aber ansonsten ist der Misuzune, der sieht, ja, der sieht elegant und schön aus. Muss man sagen. Aber ja. Die Sache ist halt immer männlich. Ja. Die, die man bekämpft, sind immer männlich. Also, es gibt bestimmt auch Weibchen, aber die, die man bekämpft sind, sind männlich. Wegen dem roten, wegen dem roten Kamm, den sie aufstellen. Ich dachte weiblich. Ne. Was? Nur die Misuzune, die man bekämpft sind. Ja, ja, klar. Wie gesagt, also es gibt, das meinte ich ja, es gibt schon Weibliche, aber die, die man bekämpft, sind halt immer männlich. Es wäre schon merkwürdig, wenn es einfach bloß, wie sollen die überleben, wenn sie nur männlich sind? Das würde irgendwo keinen Sinn machen, oder? Ich würde dann eher unter Vogel einsortieren, nicht als Fledermaus. Ja, doch. Die großen Ohren haben Fledermause Ohren. Keine Ahnung. Aber, ja, ist schon Fledermaus mäßig. Das passt schon. Auf in den Flügel. Halt, ein bisschen vom Gesicht her, Maus mäßig. Das ist das. Welchen weiblicher Misu. Gut gerettet. Es gibt auch einen seltenen Hasenschmetterling, Guterix und mehr. Okay. Natürlich haben die Ohren. Ja, ich weiß es gerade eben nicht. Ja, doch, natürlich haben sie Ohren. Klar. Das war, weißt du, manchmal sagt man Sachen und dann denkt man doch mal drüber nach. So, warte mal, was habe ich da gerade ihm erzählt? Ah ja, klar haben sie Ohren. Du musst ein Gremlin, wenn man ihn nachmitteln nachgefüttert hat. Der Arme. Wir werden jetzt keinen seltenen Raptor suchen, Blob. Welchen Misu hat viel schwächere Farben. Ja gut, damit muss sie halt leben. Vielmehr so ertieren sie sich mit Schall und haben keine Ohren. Wegen Biologie 1. Nicht jetzt. Miasma. Achso, Miasma Widerstand. So, nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Passt schon. Ja, wie gesagt, die Sache ist ja, im Stream oder wenn du let's playst, dann denkst du nicht über alles nach. Du, du haust einfach irgendwas raus und wenn du das Haus rausgehauen hast, dann überlegst du dir, warte mal, passt das überhaupt? Und dann, dann kannst du es bestätigen. Und wo gibt's den seltenen Schmetterling? Das ist kritische Information, ja. Oh, wir haben hier eine Odogaran auf der Karte. So, ich will aber eigentlich, ich will eigentlich zurück. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt auch für heute. So, gehen wir nachher Terra, gehen wir zum Handelshof. Ne, halt, nicht zum Handelshof. Zur Versammlungsstätte, so rum, genau. Die Gekos. Xamog will nur die Schmetterlinge. Das ist eine einzige Sache. Ich fürchte jetzt schon den Tag, an dem das Item für das Feuerwerk leer ist. Ja, das wird wahrscheinlich bald soweit sein, aber es kann ja gut sein, dass sie bald schon wieder ein neues Feuerwerk-Event machen. Keine Ahnung, irgendwie Sommerfest oder was weiß ich. Ich denke, so ein Feuerwerk wird es noch öfters geben. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Spätestens zu Silvester muss es dann halt horten. Dann muss ich davon wieder 30 fangen, meinen Hauf auszufüllen. Oh Gott. Mache alles voll mit Schmetterlingen. Schauen wir mal kurz. Was zur Hölle ist das? So ein Bild wird man selten sehen. Was wäre denn die nächste Quest? Schade, dass sie kein Sakura-Event hatten. Hatten sie doch. Frühlingsblütenfest. Das war ja so theoretisch das Sakura-Fest. Optionale Quest, genau. Was wäre jetzt hier die nächste? Die Zingurus. Ja gut. Nee, passt schon. Das Event war ugly. Wieso? Na gut, wir beenden. Passt schon. Da haben wir die drei nochmal schnell gemacht. Alles, was wir jetzt dann weitermachen, würde einfach bloß wieder viel zu lang brauchen. Deswegen, wie gesagt, beenden wir jetzt. Keine schöne traditionelle Rüstung. Ja gut, das, das dann vielleicht nicht. Vielleicht gab es den dann bloß in Japan. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der dummer Spalterling. Oh. Silvester gibt es gleich Raketenwerfer. mit Silvesterraketen durch die Gegend ballern. Ich weiß es nicht. Ich fand das hier eigentlich auch schön. So, dann winken nochmal schnell und damit soll es dann vor heute auch gewesen sein mit Monster Hunter World. Wir sind ein bisschen vorangekommen. Wir haben sehr, sehr lange für die Megaman-Rüstung gefarmt. Das hat echt lang gebraucht. Dafür haben wir natürlich auch gleich das ganze Zeug bekommen, um die Rüstung direkt zu machen. Von dem her, es war natürlich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite aber natürlich auch ätzend und lange. Zum Glück haben wir dann die Edelsteine doch relativ schnell bekommen. Das war schon mal ganz schön. Und... Komm, Xamog durchs Bild. Und, ja, haben trotzdem noch ein paar Nebenquests gemacht. Es geht langsam voran. Ich will jetzt auch nicht die Nebenquests immer so pushen. Da war es mir jetzt heute halt echt wichtiger. dass, äh, die, die Rüstung mal fertig ist. Und nicht, dass es irgendwie, äh, dass wir da jetzt mit den Nebenquests vorankommen, weil, wie gesagt, da gibt es eh so viele davon. Und, da kann ich ja auch jederzeit dann einfach mal eine kurze Runde machen und die Nebenquests dann, äh, angehen. Passt also schon. Und, ja, dann bin ich mal gespannt, wie das mit der, mit der neuen Rüstung läuft. Da werde ich mich dann wieder in den Solo-Modus begeben und ein paar neue Monster jagen. Äh, schau mal. Ich meine, viele Leute wissen wahrscheinlich schon, wenn sie die Aufgabe da oben in der Ecke sehen, was mir als nächstes im Weg steht. Und ich bin mal gespannt, ob die Odogarian-Rüstung da dann, äh, mithalten kann. Ich hoffe es zumindest. Und, ja, das soll es dann für heute gewesen sein mit Monster Hunter World. Wie gesagt, waren wieder schöne Runden. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei euch fürs Mitspielen und fürs Helfen, vor allem, wenn es dann wieder gegen die 5 Odogarians halt ging. Das war halt schon ein bisschen arg stressig. Und, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht, wieder im Offline-Modus oder im Solo-Modus, wenn wir die nächste große Herausforderung angehen. Also dann, ciao!